immerhin habe ich die vorlage noch bekommen das war gute themenarbeit würde ich sagen so hallo da bin ich mal wieder und wir nehmen eine folge rocket leech auf aber bis jetzt nur eine folge und ich dachte mir ich bringe mal wieder was anderes weil so mafia 3 und so ist so langsam genug irgendwie so über einen monat jetzt gespielt also jeden tag eine folge und so bei folge 33 sie letzte die ich jetzt habe genau und wir spielen jetzt mal ein bisschen rocket fangen wir einfach mal an spiel zu suchen was ist denn hier los wo ist denn der rumble modus gibt es den rumble modus nicht mehr leute hallo ok dann versuchen wir uns einfach mal an dem standard spiel das verwirrt mich jetzt ein bisschen wo ist der rumble modus naja das ist schon ein bisschen komisch würde ich sagen nachher gleich mal schauen was mit dem rumble modus passiert ist ja ja mal sehen ob wir heute überhaupt ein spiel finden wir sind jetzt 192.000 was 193.000 spieler online und 20.500 wollen ein spiel spielen und wir sind einer davon so suche mehr regionen um die gegnersuche zu beschleunigen ok was ist denn heute los mensch das kann doch nicht sein ich freue mich übrigens auf mal 4 3 sage ich schon auf watchlogs 2 wenn die folge jetzt hier rauskommt haben wir ist es schon draußen aber ich drehe die jetzt gerade ein bisschen vorher weil ich immer ein bisschen lust habe aufzunehmen und da ich habe nur regelmäßig ein video machen will schaffe ich das nicht zwei am tag zu machen also es hat es geschafft so dann mal sehen was uns heute erwartet ich habe nicht die geringste ahnung gleich mal rausgebasht hier und ein nein ach manu 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 das war so knapp ich vermisse den rumble modus irgendwie voll dran gewöhnt hör doch auf digger bam so nein zu weit nach ach scheiße ich hatte das wenn ich kurz vorher lenken muss auch fuck der wäre jetzt volle kann hier rein shit schnell hinterher nein 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 genau gerade noch so muss der scheiß alles regt mich jetzt gerade echt auf dass der rumble modus weg ist alter ja es hinkt ihr nur olé olé man war was sind das denn für leute heute mega aggressiv ich komme rüber damit ach hör doch auf man gibt es doch nicht schnell weg damit den können wir hier gar nicht brauchen nein nein mensch das gibt es doch nicht ständchen aufregt ständchen und gib ihm alter ah gott wie das einfach jedes mal als torschuss zählt aber ich nicht treff alter als ob er ihn getroffen hat rein damit ach komm schon leute das gibt es doch nicht ich weiß doch bei rolle aber ah man der darf nicht er darf nicht egal muss weg von uns weg von uns ach was machst du denn shit man das gibt es nicht nein 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 komm schon der geht nein 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 man mach mich doch nicht am marsch wann mach mich doch nichtum nein 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 ya komm so Argentina der muss jetzt aber shit was für eine minute noch Alter Hört mal auf so gut zu spielen Ich hab's jetzt verpeilt so schießen Wenn man nicht immer so Ultra weit fliegen würde wenn man springt Ist ja übel nervig BAM Immerhin hab ich die Vorlage noch bekommen Das war gute Teamarbeit würde ich sagen So jetzt gib ihm Du da rechts Nein gib du doch nicht auch noch dein Nitro weg Mann Was macht ihr denn eigentlich Jawoll Shoot Shoot der muss rein Ich hab keinen Bock auf ein Ausgleichsspiel Das war zwar hardcore Oh ok Nachspielzeit Muss wohl Und jetzt leute Gebt ihm Creeper game Alles klar Nein 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 ganz doof Nein falsche Richtung leute Falsche Richtung Der geht Der geht Nein Geht doch in dein Geist Tor Mann Fuck Mann Egal passiert Egal So schlecht war das gar nicht Passiert Na gut Und dann würde ich damit sagen Wie потер Wieso sind wir vier Lassen wir das mal dabei Vielleicht finde ich ja den rumble noticing Besides Miveau